zu früh geschwungen aber okay daran ist sowieso ich schon für den arsch sind die rampe hätte ich damals nie passiert nein hier wollte ich gar nicht nein was soll das ich bin einfach unfassbar beschäftigt ja ich hasse unsichtbare wände der flucht des mieders den tod habe ich sowas von verdient der runde ist nicht der schnellste und da kommt ja noch ein weg also aber dieses stream ist nun das klar zu stellen echt nur ein verdammter scheiß test nein egal die das meine ich das meine ich diese leser müsste ich jetzt so überverpackt eben an okay das hier wird wenn das so weiter geht erreich ich auch hier nein nein hier scheiß roboter die krepp hier du auch du Luftschiff du denkst du bist besser weil du fliegen kannst 37 ist jetzt nicht so übel ihr schweine man diese missgeburten ich habe die ganze zeit schon eine nachricht im skype aber ich kann bisher noch nicht dazu der nachricht nachzukommen warte okay keine ahnung wie ich das gemacht habe aber das ist trotzdem viel zu lang haben ich bin guter zeit wird fahrrad fahrrad warum hat er aufgehört zu boosten aber an land ich habe noch 39 leben Ich wette, die werde ich alle verballern. Und wenn es nur an sowas liegt. Ah! Diese Klöcke! Ich fasse das! Warum? Warum? Nimm zu spät den Boost! Ja, ist schön so. Mann! Schon wieder eine Sekunde zurück. Aber schön, dass du es einsiehst. Ich warte immer noch auf die Leute, die mich anbeten.